Moin sie Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Konkursgaming und zu Assassin's Creed Odyssey, wir befinden uns in Naupia glaube ich und ja das Wetter ist heute wunderbar, da freue ich mich direkt, wir schauen mal, ist das ein Söldner, mit dem wir irgendwas zu tun haben wollen, Rechos die Geisel. Der ist noch ein Rang über uns irgendwie, ich wollte eigentlich noch mal zur Nachrichtentafel hier rüber gehen und irgendwie scheint es hier tatsächlich, wie soll ich sagen, kein Schmied zu geben, was natürlich ein bisschen schade ist. So was haben wir denn hier schöner, das Aushungern der, was ist hier mit los, haben wir das schon angenommen, ja das haben wir schon angenommen, für die spartanische Anführer, ja mal gucken. Das Aushungern der Bestie, ein Kisten, ein leichtes Ziel, ok, ja nehmen wir einfach mit hier, Feierversorgung, nehmen wir auch mit, ich meine, kann ja sein, dass wir hier, was will der von uns? Nehmen wir einfach alles mit, vielleicht ist irgendwas davon in der Nähe, Felix der Reisende ist hier auch. Was haben wir denn da drüben zum Beispiel, Feierversorgung, starker Schwimmer für dringenden Auftrag. Oh ja, ein bisschen schwimmen, da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Was? Was ist denn jetzt hin dran? Man hat sich hier hinter mich gebeamt oder was. Ich weiß gar nicht, was jetzt irgendwie so plötzlich sein Problem war, warum er mich hier so angefügelt hat. Ich weiß gar nicht, was jetzt irgendwie so plötzlich sein Problem war, warum er mich hier so verlinkt. Ah, ach dann muss ich da durchsehen, da machen wir das reis ich nochmal. Alter, der hat so teilweise so Angriffe, die bringt er einfach durch. Was? Also durch auch nichts. Ja, ich glaube, das ist halt sowas. Großartig. Bootsschuppen? Bootsschuppen? Sicher? Oh, was? Ja, der bringt auch, wenn ich die Angriffe blocke. Oder halt mit meinen Angriffen unterbleiche. Bringt der die halt trotzdem irgendwie durch, ne? Da kann ich nicht mal ausweichen. Schön, freu ich mich. Oh, sorry. Das war das Mikro. Und ich weiß halt echt nicht, was der gute Mann jetzt von mir wollte eigentlich. Ich meine, ich stand einfach da, hab mir das durchgelesen und hab nicht mal gehört, wie er mich angepöbelt hat. Man konnte es ein bisschen an der Animation erkennen, denke ich. Aber ansonsten... Vielleicht wollte er einfach nur beweisen, dass er stärker ist als ich. Das ist ihm gelungen, würde ich sagen. So, haben wir hier alles angenommen? Ja. Genau. Okay, cool. Äh, was wir eigentlich heute machen wollten, war ja die Schlacht, ne? Gut, dass das Spiel mich nochmal drauf hinweist. Das machen wir natürlich hier vorm Schwimmen. Was ist das? Das ist die richtige Richtung hier? Ja, ja, ne, ne, ne. Mehr in diese Richtung. Machen wir auch lieber hier die komische Schlacht, ohne vor allem beim Schmied gewesen zu sein. Äh, da hinten, das dürften schon die richtigen Zelte sein, oder? Ja, da sind spartanische Abzeichen drauf. Ne, ist aber noch nicht richtig. Wieso, was geht denn hier ab? Och, ne. Ist ja nicht euer Ernst, ne? Damit sind wir wieder hier bei der aggressiven Fauna. Was ist denn hier das Schlachtfeld, das Lustige? Dort drüben. Bei jenen Zelten. Na gut. Das Olivenholz können wir natürlich immer gebrauchen. So, an wen muss ich mich denn hier wenden? An welchen von euch? An ihn. An ihn. Ja, ja, hört sich nach dem Plan an. Ja, das wäre schön. Das würde Spaß machen. Da hätte ich Freude dran. So, wir kämpfen gegen die Blauen. Richtig. Wer will mich hier angreifen? Keine Ahnung. Wer hier? Oh. Ja, woher ist es? Ja, woher ist es? Ja, woher ist es? so ok jetzt schaffen wir uns hier so ein einfach ist es auch wir sollen so eine lüte tüten hier dann brauchst du nicht er war noch nicht weg So, wo ist der Nächste? Auch mal das Mann Oh, was passiert jetzt? Ah, Zeugnerin Sieht gefährlich aus Dann komm doch her Oh Ah Da können wir helfen, Jungs Statt da so rumzustellen Alter, ist sie fix Was ist die fix? Nein, 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 nein Was? Oh Mann, ich wollte doch so schön parkieren Da stehe ich hier auf mich zu schießen, ja toll Und dann aus der Giftrocke raus Sie hat aber ihre Freundin vergiftet Was? Schon ziemlich so hässlich, oder was? Ja, das hat super funktioniert Mit der Parade Was? Sie hat mich doch nicht mal getroffen Was ist denn das für eine billige Animation? Wo sie mich nicht mal trifft und ich trotzdem sterbe Unglaublich Ne, also die Söldnerin hier so Mit meinen nicht geupgradeten Waffen Ein bisschen schwierig, sag ich mal Besonders wenn sich da halt noch zwei so einen anderen Typen einmischen Vielleicht sollte ich die Ads einfach zuerst erledigen Und mich dann erst um die Söldnerin kümmern Ähm, wir versuchen das auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen Great timing, Eagle Bearer We're ready to advance on Athenian borders And Sparta could use a warrior like you on our side Interested in turning the tides of war in our favor? Ja, ja, klar, klar, klar Sparta has my sword and all my strength behind it Glad to hear it May Ares favor us today Genau, so ist es Auf geht's Und diesmal machen wir das dann schön Vielleicht Ohne sterben Ein bisschen sparsamer mit den Adrenalinsegmenten umgehen Unsere Superfokus-Powerattacke bringt eh nicht so viel Genau, für Sparta So sieht's aus Wo haben wir denn hier jemanden Der unserer Aufmerksamkeit würdig ist Nicht zu sein Ist denn niemand dabei? Einig. Komm schon, schnapp ihn dir. Auf die Hände runter zu fallen, Feigling. Was, noch einer? Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Zeit habe, mich hier mit dem... Jetzt kommen auch immer neue, vor allen Dingen. Und da ist schon wieder die Olle. Okay, die hat Giftpfeile, das ist okay. Und die ist aber ansonsten auch relativ schnell, ne? Nee, nee, das jetzt nicht so direkt, aber... Wir sind hier die anderen weg. Du denkst, du kannst mich zu retten? Das ist mean! Au, Mann! Da war ich noch gar nicht mit meiner Animation fertig. Was? Ach, Pfeil! Oh Gott! Ja. Gut. Okay. Äh, ich... Cutte dann wieder rein, wenn wir auf dem Schlachtfeld sind. So, dann legen wir mal los hier. Schnappen wir uns erstmal... Nötig will ich nicht. Ich will, äh, Hauptmänner. Ja? Nein. Wo sind die? Ich brauche überhaupt keiner. Was? Gibt's da heute die Hände drauf? Ah. Leute, jetzt rennt er nicht weg. Na ja... Na ja... Oh, ja! Es ist, nein! In einem Moment stehen ja noch drei von unseren Typen um ihn herum. Und im nächsten Moment nehm ich ihm in den Schild weg. Und die sagt, na ja, cool. Der hört dich ja unter Kontrolle, dann gehen wir mal. Da braucht gar keine Hilfe. Was? Wer beschießt mich denn hier, so hinterlistig? das war mal so richtig falsch einfach so richtig falsch so haben wir hier nicht noch irgendwo, ja da haben wir noch Brot das sieht ja ein bisschen massiver aus hier naja klopft das geht mir so richtig auf den Sack gerade so ich muss mich gerade ganz kurz heilen sind da nämlich auch ein paar viele da bis jetzt? auch jetzt schon? da freue ich mich ja komm ich laber nicht so viel, ich muss mich heilen nein, nicht noch mal ausweichen schubst die ne 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 so wer möchte? du möchtest das ja, dich wollte ich eh loswerden wo sind die ups hier sind die hier hinten was 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 nein zu spät ausgerissen bitte Merger nicht gut Н 처음 gar nicht gut überhaupt nicht gut jetzt brauchen die mich nur einmal angusten ich suche nur mal hier in der Deckung atmen, atmen, atmen naja, da hat sie gerade ihre Spezialpakt schon wieder rausgepackt ups, da ist sie um 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 Oh, das war völlig nett. Schaffen wäre total gut, wenn ich hier schon so eine Fertigkeit verschwende. Ich glaube, ich bin nicht mehr vergiftet. Das ist sehr schön. Da freue ich mich. Einmal will ich mich noch heilen, aber... Was? Wir... 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 Oh, ok, zu viel rein. Das ist ein Doppelschlag. Merken. Oh, ah. Ach, Leute, ey. Das nervt doch. Irisch. Das ist ein Doppelschlag. 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 Das ist ein Doppelkantn. Was? 1, 2, 1 und dann kommen wir rein. Nähe, Ängste. Are you see? Oh, it's DCL. Nein. Okay, die haben wir. Ich bin jetzt für den nächsten Hauptmann. Hey, die Gäste. Oh, 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 okay. Er raged hier rum. Einten haben wir noch einen Hauptmann. Der Schiff. Ja, der hat einen Schiff. Der, der sieht fischig aus. Hallo, Herr Oppen. Der schiff. Oh, 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 hey. We can't keep this up for long. Er ist auch nicht. Der schiff. Der schiff. Der schiff. So, wir können ja hier nicht verlieren, die Schlacht, ne? Deswegen drastische Maßnahmen. Das war anstrengend, Leute. Wir haben eine Säutenrennen erledigt, acht Soldaten, vier Hauptmänner, haben dafür eine Arzt, ein bisschen Geld bekommen und eine Rüstung. Eieieiei, das war echt ein bisschen anstrengend. Plus 15% Kopfschussschaden haben wir als Gravur und einen Fähigkeitspunkt. So, da schauen wir doch direkt mal rein, hier ins Inventar. Was haben wir denn für eine tolle Axt bekommen? Sieger des Prometheus, Feuerschaden benutzen wir nicht, okay, cool, das ist für uns also nicht so richtig relevant und wenn wir unser Schwert upgraden, dürfte das auch vom Schaden her auf dem Level sein. eine Goldachsjägerschaden, schwere Klingschaden, ja, schön. Was, habe ich nicht alle abgehakt hier? Ach, hier. Was haben wir denn hier eigentlich Tolles? Ach ja, auf die komische Zyklopeninsel müssen wir nochmal. Hier haben wir das Feld des neemäischen Löwen, das müssen wir bestimmt auch noch irgendjemandem geben. Söldnerhinweise haben wir hier. Und so, und die Rüstung, die haben wir gerade bekommen. Kriegerschaden, Jägerschaden, Gift und Brandwiderstand. Die ist cooler als unsere Rüstung. Kriegerschaden, alle Schäden, Gesamtrüstungswert. Nee, dann nehme ich lieber die hier. Den Rest können wir hier mal so ein bisschen zerlegen, ne. So, die Rüstung, die sieht auch schick aus. Attentatsschaden, Adrenalin bei kritischem Treffer und Nahkampfwiderstand. Nee, ist nicht so cool wie das Ding, das wir tragen. Knapp. So, und eine Fähigkeit können wir noch verteilen. Äh, Schildbrecher hier wäre total cool, Heilung wäre auch cool, können wir aber alles noch nicht. Äh, den Spartanertritt, äh, was ich natürlich total gerne hätte, wäre hier zwei Sekunden mehr Zeitlupe. Bei schwierigen Gegnern kann das echt, echt nützlich sein. Hier brauchen wir auch erst die Sperrstufe 5, Höchstleistungsangriff. Der Schaden wird erhöht. Ach ja, da steht ja nicht dabei, um wie viel. Aber hier Zeit verlangsamt, das ist schon eine feine Sache. Ich denke, da holen wir uns noch eine Stufe. So, da haben wir die hier auch erstmal auf dem Maximum, das wir derzeit haben können. Was macht denn das hier eigentlich? Ach, der aufgeladene schwere Angriff, ja. Da komme ich eigentlich relativ seltener zu, den zu benutzen. Aber um Leute damit runter zu ballern irgendwo ist ja vielleicht echt ganz gut. Statt einem Attentat, wenn die halt so mächtig und krass sind und zufällig an der Kante stehen. Die Situation hatten wir ja letztens in der Festung Tirniss. Ich glaube, die ist Tirniss, ne? So, wo sind wir überhaupt? Ach, auf dem Schlachtfeld. Na gut, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.